Trading lernen durch Beispiele. Heute mit einem Beispiel im DAX gucken wir uns gleich im Detail an. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier unserer Serie, wo wir Tradingbeispiele zeigen, wo wir erklären, wie man an den Märkten die guten Trades findet, wo wir unsere Strategie zeigen, welche Indikatoren man verwendet, Chartanalysen natürlich, aber auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Wir kommen da gleich noch zu. Das ist ein sehr gutes Beispiel heute. Bevor wir gleich aber richtig loslegen, noch ganz kurz die Risikowarnung und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, heute wie gesagt ein Beispiel im DAX. Der Trade ist hier unten auch noch offen. Ich werde ihn aber gleich schließen und eröffnet wurde dieser Trade vor einigen Tagen, nämlich am 6.2.24. Und ich möchte jetzt ganz kurz einmal erklären, warum. Dazu ist es natürlich gut, wenn du das Ganze in einer höheren Auflösung siehst und auf dem Smartphone irgendwie quer drehst, damit wir das hier ein bisschen größer haben. Also ich nehme mal das Fadenkreuz. Wir sind an diesem Tag, an dieser grünen Kerze, das ist der 6.2., sind wir eingestiegen. Warum? Wir sehen hier, dass wir hier das All-Time-High im DAX hatten. Und diese grüne gestrichelte Linie, das ist unser Short-Trade. Wir haben also ab diesem Punkt diese grüne Linie auf fallende Kurse getrailt. Wir haben uns dann in den vorherigen Tagen wieder auf den Punkt genau hier an diese Linie herangekämpft. Und immer wieder hat der Kaufdruck nachgelassen. Immer wieder ging es dann runter. Immer wieder ging es dann runter. Und an dieser Kerze haben wir darauf spekuliert, dass das auch so sein wird. Wir sind dann am selben Tag nochmal rüber gedippt. Und am Tag da drauf sind wir, wir können das mal ganz kurz nachmessen, Und hier von der grünen Linie am Tag da drauf bis hier oben waren es dann 0,3%. Also ungefähr 50 Punkte, die der DAX dann nochmal gestiegen ist, in das All-All-All-Time-High sozusagen. Das kann natürlich passieren. Also solche Trades am All-Time-High, wo man dann auf Chance, auf Risiko, dann darauf spekuliert, dass der Kaufdruck am Markt nachlässt, dass vielleicht auch Gewinne einer Aufwärtsbewegung, die vorher gelaufen ist, mitgenommen werden. Dass andere Trader auch sagen, ja, ich steige hier aus, ich mache den Sack zu und dann wieder auf fallende Trades gehen. Das ist natürlich immer auch ein bisschen Glück. Niemand hat hier eine Glaskugel, niemand weiß, wie es weitergeht. Tendenziell spricht nämlich, wenn ein All-Time-High wieder angelaufen wird, so in der gesamten Historie, spricht es eher dann dafür, dass irgendwann die Kurse auch von diesem Punkt weiter steigen. Heißt aber nicht, dass es zwischendurch nicht doch mal wieder, wie an diesem Punkt hier, wie an diesem Punkt wieder runtergehen kann. So, warum haben wir uns hier noch für den einen Short-Trade entschieden? Welche Indikatoren haben hier uns zum Beispiel geholfen? Also die Moving Averages, die sind ja seit Ewigkeiten nicht da. Wir hatten ja hier seit Oktober 2023 eine sehr schöne Aufwärtsrallye, die dann in die Korrektur gegangen ist und dann am Jahresanfang hier so wieder ordentlich an Schwung begonnen hat. Also Moving Averages haben uns hier gar nicht geholfen. Wir hatten uns dann reingeholt die Pivot-Punkte, die wir hier ja auch sehen. Deswegen, ich habe leider die Aufnahme des Trades nicht gemacht. Deswegen kann ich jetzt zu der aktuellen Pivot-Punkte-Situation an diesem Tag, wo wir reingegangen sind, nichts sagen. Es ist auch so, wenn wir am All-Time-High sind, dann helfen einem Indikatoren manchmal nicht weiter. Den Fibonacci-Indikator konnten wir hier am All-Time-High, wo wir eingestiegen sind, gar nicht anwenden. Weil was willst du hier messen? Wenn du einen Aufwärtstrend misst mit dem Fibonacci, wie hier zum Beispiel, dann wartest du ja auf die Korrektur. Ist jetzt hier relevant für den Ausstieg, den wir gleich machen wollen, besprechen wir gleich. Also hier am All-Time-High, wenn man da so ist, dann setzt man auf Chance mal rein. Sagt, okay, ich hatte vielleicht vorher ein paar gute Trades. Ich gehe jetzt mal auf Chance am All-Time-High rein und teste den Markt mal an, ob vielleicht, wie gesagt, Gewinne mitgenommen werden und ein Short-Trade Sinn macht. Hätte auch gut sein können, dass dieser Trade mit über 1.100 Euro jetzt gar nicht so gelaufen wäre, sondern in Stop-Loss gelaufen. Bei dem Stop-Loss haben wir hier über das, beziehungsweise nahe an dem R3 herangesetzt. Das ist natürlich das R3 vom heutigen Tag. Ich, wie gesagt, bei der Aufnahme war das R3-Level anders. Da haben wir es, wenn ich mich richtig erinnere, knapp über das R3 rübergesetzt. So, das ist die Geschichte des Trades. Was kommt, das war jetzt die Chart-Analyse, das waren jetzt die Indikatoren, die uns jetzt nicht so viel geholfen haben. Wir haben die Indikatoren, Chart-Analyse schon. Jetzt kommen wir mal zu den wirtschaftlichen Impulsen, wirtschaftlichen Zusammenhängen, wirtschaftlichen Auswirkungen. Wenn wir nochmal das Fadenkreuz nehmen, hier diese grüne Kerze, diese hier, das war der 6.2. und das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Dienstag. Und am darauf folgenden Freitag, also am 9.2., am Freitag, Dienstag habe ich den Trade gemacht, am Freitag, hatten wir sehr wichtige Inflationsdaten hier für Deutschland, Inflationsrate Deutschland. Und ich gehe davon aus, dass wir hier Druck bekommen von der Inflationsfreund, dass die Inflation nicht so weit runtergegangen ist, dass wir doch noch Druck im Kessel haben. Und wir hatten dann eine Inflationsrate an diesem Freitag von 3,1%. Aber der viel wichtigere Termin, den hatten wir am heutigen Tag, heute am 13.2., und zwar um 14.30 Uhr. Guckt euch gerne den DAX-Chart auch nochmal im Stundenbereich nochmal an. Wir können gleich, wenn ich dran denke, nochmal rüberswitchen. Ich will das jetzt aber hier nicht wegmachen. 14.30 Uhr, heute US-Inflationsdaten, also Verbraucherpreisindex, Ex-Nahrungsmittel und Energie, also wirklich die Kerninflationsrate, auf die es ankommt. Und Verbraucherpreisindex, Jahr und Verbraucherpreisindex, Monat. Also heute war richtig was los, was die Inflationsfront betrifft. In den USA, Spekulation, Zinswende, die erste Zinserhöhung, da hat sich wieder was verschoben, so wie es auch letztes Jahr, wer das Video kennt, gesagt hatte. Ich sehe das alles ein bisschen skeptisch. Und jetzt ist auch nur noch 40.60, dass im Mai die erste Zinssenkung kommt. Ich hoffe, ich habe nicht eben Erhöhung gesagt, Senkung kommt. Also von fast 90% oder 80%, wo wir mal was waren, auf 40.60 jetzt, dass sie kommt, 40% nur noch. Also da hat der Markt wirklich so ein bisschen auch das mittlerweile eingesehen, möchte ich fast sagen, was wir schon oder was ich schon hier im letztes Jahr, ich glaube Dezember, besprochen hatte. Guckt euch das Video gerne an. So, also 14.30 ging es hier richtig, richtig runter. Wir haben die Stop-Level hier im Pivotpunkt S1, S2, S3 gerissen. Und klar, man weiß jetzt nicht genau, Fibonacci, wir sind hier am All-Time-High gewesen, wo wir ihn gemessen haben, aber hier, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier in diesem Bereich, wo wir auch fast Dojis hatten, kleinere Kerzenkörper, diese Aufwärtsbewegung begonnen hat, hier zum All-All-Time-High, dann sehen wir hier, am 61er sind wir jetzt mit der Tageskerze, wo wir jetzt zum Stehen gekommen sind. Ob das 61er hält, weiß ich natürlich nicht. Ob es vielleicht nochmal das 78er anläuft, oder ob sich hier vielleicht gegebenenfalls auch schon wieder Einstiegskurse für Mutige zeigen könnten, die dann wieder auf die Erholung traden. Ich weiß es nicht, Leute, ich habe hier kein Glas geholt. Ich weiß nur eins, wir haben hier einen schönen Trade und den werden wir hier am 61er als Unterstützung schließen. Kann sein, dass wir Punkte verschenken, kann aber auch nicht sein und deswegen werden wir diesen Short-Trade jetzt hier schließen. Ja, über 1.100 Euro mitgenommen. Jetzt wollen wir nochmal auf den Stundenchart gehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, heute 13.2. So, das sieht doch schon besser aus. Also, 13.2., das müsste dann diese Kerze hier, nee, diese Kerze hier, das ist die Kerze, das ist die relevante Kerze. Hier sind wir auch durch die 200er-Linien dann durch, durch die Moving Average 200er. Also diese Kerze, hier kam die News sozusagen raus und hier ging es natürlich kräftig runter und dann immer weiter runter und hier sind wir heute Abend. Sieht ja etwas anders aus, weil jede Kerze eine Stunde ist das Gleiche, wie wir es hier auch gesehen haben. Und das ist dann hier mit dem Chart hier los, das nervt ja. Ja, also das ist diese Kerze, diese Tageskerze aufgedröselt, den habe ich deaktiviert, aufgedröselt auf dann diese Stunden hier. Ja, war sehr interessant, hätte aber auch anders ausgehen können. Ja, man weiß es nicht. Deswegen, so am All-Time-High kann auch viel dafür sprechen, dass die Kurse weiter steigen, das Kaufmomentum da ist, das Kaufkraft da ist, gerade wenn da noch unterstützende Nachrichten aus der Konjunkturfront kommen. Jetzt hatten wir aber eher belastende Nachrichten vom Umfeld her und deswegen der Trade hier so gelaufen. Uns hat es natürlich gefreut hier. Das wollten wir euch zeigen. Trading lernen durch Beispiele. Wenn euch solche Beispiele weiterbringen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne in die Kommentare abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir machen solche Videos ja regelmäßig, wenn ihr mal einen Wunschmarkt habt, auch gerne mal in die Kommentare. Aber das kann ich eben halt nicht versprechen, weil wir scannen ja mit der Strategie, die ich eben angesprochen hatte, scannen wir ja hier viele verschiedene Märkteanfängern, würde ich erstmal weniger Märkte empfehlen, weil man muss natürlich auch in den wirtschaftlichen Zusammenhängen gut auskennen, kennen mit dem Wirtschaftskalender, was kommt da für meinen Markt, wie eben hier an diesem Beispiel auch sehr schön gesehen. Aber nicht nur. Es gibt ja auch zum Beispiel Wirtschaftsnews für einen ganz anderen Markt, als ich ihn trade, aber er hat Auswirkungen. Es gibt Korrelationen, positive oder negative, zu unserem Markt. Wenn du all das lernen möchtest, die Chartanalyse, wie findet man die guten Trades, welche wirtschaftlichen Zusammenhängen und Auswirkungen auf die Kurse gibt es, dann schau gerne hier in unserer kostenlosen Trading-Ausbildung vorbei, tradingdusche.de, Link unten in der Beschreibung und dort bringen wir dir das alles auch sehr gerne bei. Ja, ich habe ein bisschen durchgezogen hier, ich habe nämlich nicht so viel Zeit, deswegen ein bisschen schneller gesprochen. Ich hoffe, das ging trotzdem. Und wie immer sehr viel Erfolg beim Traden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.